A lowly tarnished. Playing as a lord. I command thee now. Lass mal gucken, was wir noch so für Fähigkeiten haben. Zeig her, die Fähigkeit. Ah, ja, ja. Was hätten wir denn noch? Kriegsasche. Oh. Okay, da können wir keinen blutig reinmachen. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay, okay, okay. Hier auch nicht. Ne. Das heißt, wir müssten entweder eins von den Dingern nehmen. Das wird wenig bringen bei Deutschen, denke ich. Soll ich das Tatsache, so wie es jetzt ist, nehmen? Okay. Wir reskillen noch nicht, aber ich würde schon mal die beiden Sachen upgraden. Verstärken. Drei dürfen wir auch benutzen, genau. Dira auch noch, ja. Dira. Wollen wir aber nicht. Ne, Dira wollen wir nicht benutzen. Beide haben auch Arcane Scaling. Was macht denn Arcane eigentlich sonst noch? Hm, Hilfe. Hast du nicht letztens erst gesuppt? Aber vielen, vielen Dank, mein Guter. Vielen, vielen Dank für den Sub. Aber hast du nicht erst vor kurzem reingesuppt? What? Äh, Erklärung. Zeig mir, was Arcane Energie macht. Dieser Boot ist für Entdeckungen erforderlich. Es beeinflusst außerdem eure Resistenz gegen Heiligschaden, eure Lebenskraft, so bestimmte Zaubereien und Anrufungen. Geist meint, er ist zu verlängern, aber gerne. Sehr schön, sehr schön. Freut mich. Freut mich, Kaster. Und Sensei Gaara. Halli, Hallöchen. Wie geht's dir, mein Guter? Wir sind gerade dabei zu reskillen. Deswegen nicht wundern, dass wir gerade komische Sachen machen. Welche Zauber haben wir denn die Arcane Scaling haben? Lass mal gucken. Hier haben wir ein paar Sachen mit Arcane. Lass mal gucken, ob wir Blutflammen auf unserem Deutsch machen können. Ich glaube nicht, aber lass mal gucken. Das ist eine voll gute Idee. Ähm, warte. Wir machen mal die Blutklinge. Ja. Irgendein Talisman. Die Schmiedesteine sinken. Ah, die kommen wieder. Die kommen wieder. Jetzt mal gucken, ob wir... Ne, das geht nicht, weil wir Blutung schon drauf haben, ne? Aber... Ich das richtig verstehe. Aber... Wenn wir dem ne normale Kriegsasche geben, mit irgendeinem Scaling drauf... Sollte das gehen? Äh... Hier lang. Äh... Da lang. Ja. Hm... Mir geht's soweit gut, bis auf mein Bein. Das muckt irgendwie. Und wie geht's dir? Mir geht's super heute. Bei mir Nachfrage. Was hast du mit dem Bein gemacht? Oder weißt du nicht genau, was du mit dem Bein gemacht hast? Ja, ja, ja. Das gefällt mir. Feuerschaden ist drauf. Aber es macht keine Blutung? Oh, ich hab gedacht, das wäre so ein Blutungs... Eine Blutungsflamme. Also es ist ja nur eine Feuerflamme. Oh. Mann. Das ist ja blöd. Und will die Waffe in eurer Rechten mit der Blutflamme. Diese Anrufung kann in Bewegung gewirkt werden. Nach dem anfänglichen Schand verursacht die Blutflamme für sehr kurze Zeit noch weiter Blutverlust. Oh. Oh, okay. Testen wir wieder, ne? Testen wir, testen wir. Yes, yes. Keine Ahnung, was mit den Beinen los ist. Jedes Mal, wenn ich mich hinlege, schläft die eine Seite ein. Wenn das anhält, würde ich mir mal von einem Arzt auch so Rad holen lassen. Aber vielleicht wird es ja auch so einfach wieder besser. So, mein Guter. Ja, komm. Trink, trink. Die hab ich echt aus der Luft geholt. What? Nehmen wir mal die hier zweihand. Das sieht schon ein bisschen vielversprechender aus. Oh, hübsch, 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 hübsch. Ich geh doch nicht zum Arzt, noch ist es, äh, ist es mir nicht, äh, abgefault oder so. Ja, aber, ne? Sicher, sicher trotzdem, wenn das anhält. Holla, bin aber im Lurk, muss noch, äh, was für Umzug verbreiten. Jo, Leon, guck, dass du dir den Umzug da so gut es geht, äh, ne? Ne, von Schatten bekommens. Ah, danke, danke für den Lurk, mein Guter. Das noch mal probieren. Denken wir noch mal. Das hier. Buffen uns. Mal den Riesen. Bis jetzt. Oh, den machst du dreimal? Echt? Löser. Ui, 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 große, große Schockwelle. Das, äh, das finde ich eigentlich ganz cool, vom Bild her. Also, die gefällt mir, die Idee finde ich ganz gut. Weiche Baumwolle. Umzug, ich kenne nur, um, was? Umtrunk. Um, um, umtrunk. Was, wie wo an? Ähm. Hm. 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 Perfekt am Dienstagabend. Yes, yes. Hm, hm, hm. Perfekt am Dienstagabend. Yes, yes. Hm, 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 hm. 115, 62. 115, 62 und 51 extra Dingens und dieses Blutungsgedöns, ne? Äh, lassen wir mal das Ding zweihand nehmen, dann können wir das eventuell sehen, wieviel Schan das extra macht. Oder das ist hier das wirklich nur als Blutung. Oh. Noch mal. Ja. Blutung macht das halt nicht so wirklich. Setzen wir es nochmal ran und machen einfach mal auf den Deutsch Normalblutung drauf. Vielleicht ist das besser. Kriegsasche. Blutig. Nehmen wir das Ding wieder zweihand und gucken mal, wie die Blutung aussieht. Ob wir aber auf dem Schlamm überhaupt eine Blutung machen können. Ah. Ne. Ne. Dann gucken wir, wie die Blutung auf denen erstmal aussieht. Ja, komm. Die Typen sind halt echt kacke mit Deutsch. Machen wir das dann so. Ja. Warte. 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 Ich kann mal eigentlich noch eine andere Waffe, die mit Glaube scale, weil, eh, nicht mit Glaube sondern mit Akan. Irgendeine mit Arcane Scaling, die wir sonst benutzen würden für Damage dann. Den habe ich nicht gesehen, okay. Da war eine, das war unser Ding schon. Jetzt würde ich mich auf unserem normalen Bild wieder gehen, aber die deutsche zusätzlich wird reinnehmen. Greifende Knochen, die scalt noch mit Arcane. Das ist auch eher eine Schlagwaffe, eine Schnelle. Das Ding. Okay. Das nicht. Also, weil ich blutig hier inzwischen drauf haben. Ich habe es vergessen, ich habe es vergessen. Können wir den einen da links nicht aktivieren? So, den hier, den einen. Sorry. Ich glaube, dich aktivieren, ne? Ne. Bist du das? Ne. Wir waren der andere. Andere Dinge ins Gegner. Wo sind wir jetzt? Hier hast du noch einen, der sich verwandelt hat. Aber nicht der Schildtypi, sondern der große Dingenswaffe hatte. Au. Die gehen aber auch ein bisschen Blutungsresistenz. Two Shots of Vodka. Sehr, sehr gutes Meme. Kommen wir den mal. Au, 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 au. Und dem würde ich halt gerne meinen Blutungsgedöns von dem Dolch testen, aber es geht schlecht. Au. Wupp. Au. Ich würde das Schild, ne? Einfach Schild. Ich glaube, der normale Blutungsgedöns macht mehr als der Zauber. Blutungszauber. Gehen wir nochmal riskieren. Blup, dich schlub, dich schlub. Was bräuchten wir denn für die beiden? Da nicht mal so. Viel, ne? Gar nicht mal so viel Was mit diesem Blutungszauber Blutflammenzauber Malwosa 12 Glaube habe ich dann doch kein weniger Lust drauf Wir sind die anonymen Jordan-Eldenring-Zuschauer Wir haben schon die anonymen Eldenring-Süchtigen aufgemacht